Ein herzliches Willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Freunde, EAFC25 ist schon draußen, ich habe die Ehre und darf das Spiel schon spielen. Wir haben direkt reingeknallt. Ganz wichtig an erster Stelle ist, investiert nicht großartig Geld in Packs oder sonstigen Scheiß, dass das mal angemerkt ist. Wenn ihr Geld investiert, macht lieber Fooddraft, weil am Ende des Tages, ihr seht es bei mir an diesem Beispiel, es lohnt sich nicht. Das, was ihr investiert, bekommt ihr am Ende des Tages nicht zurück. Deswegen, das dient der Unterhaltung, das ist Content für mich. Deswegen hoffe ich, dass das Ganze euch gefällt. Und lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal, das Ganze ist kostenlos. Knallt rein, viel Spaß, Liebe geht auf. Digga, ich habe so geisteskrank Bock, das glaubt ihr gar nicht. Glaubst du mir? Ich sage, du ziehst heute das Save-Oscrocess. Ja. Ich sage, du wirst heute ein richtiges Brett ziehen. Ich sage, ich ziehe Ikone. Wenn ich vor dir eine Icon ziehe, dann darf ich bei DNA mitspielen. Nein. Für fünf Minuten. Nein. Vorne im Sturm. Eine. Vorne im Sturm fünf Minuten. Eine Minute. Nein. Eine Minute. Fünf Minuten. Was? Sidney, guck mal, was das für ein kranker Colin. Was? Ich habe eine Wette mit Willi, wer zuerst ein Icon zieht. Wenn ich sie ziehe, dann darf ich fünf Minuten bei DNA mitspielen. Vorne im Sturm. Wenn du eine Icon... Ja, das ist doch gut. Wie, das ist gut. Dass Eli bei uns spielt? Ja, das ist eine gute Wette. Und was, was, was habe ich? Ja, Eli hat doch selber, Eli leidet selber da runter, Willi. Ja, aber er kann sich mal fünf Minuten spielen. Er kann sich mal fünf Minuten spielen. Vorne im Sturm, steh ich mich hin. Ihr versteht das nicht. Kannst du nicht spielen. Eli, du lächelst dann. Ich habe vorhin mit David telefoniert, ne? Ja, ich bin fast, ich bin kurz davor, Icon zu retiren, weil ich nicht mitteilen kann. Bruder, ich habe vorhin mit David telefoniert. Das war nicht ein Telefonat wie, wie geht's dir und so, sondern das war intens. Was war los? Und dann bin ich da am Hörer und erkläre ihm, was los war. Ja, also... Okay, dann sag was. Dann sag doch mal. Dann sag dann deine Wette. Dann hör doch auf zu babbeln und sag mir was an. Das war auch mit. Ja, okay. Okay. Ähm... War Lehrer... Nein, Glatze war nicht schlimm bei Willi. Nee. Okay, wenn ich als allererstes eine Icon ziehe, darf ich Sidney für einen Spieltag mein Team haben. Ja, und ich darf Willi in mein Team haben. Ja, geil, okay. Und ich? Ich setze mich dann da hin und ich bin mir am Primmel rum. Ja. Wenn ich als erstes eine Icon ziehe, stoßt ihr beide eure Icon ab. Oh mein Gott. Was denn? Ist doch witzig. Ich sag mir, boh, ihr zieht er neun oder so. Ja, nö, ist ja geil. Dafür, dass du Beckenbauer gezogen hast. Oder so. EA-Tattoo. Ja, okay. Na, du musst die nächsten fünf Walkouts abschließen. Na, nicht die nächsten fünf. Jetzt mach die Icon. Icon. Lass die Icon. Lass die Icon. Und es kann so ne richtige, so ne richtige Mocker-Icon. 86er zählt, sage ich. Und dann müsstet ihr erneut um Pille abstoßen. So für ein Spice. Das ist ein Spice-Gold. Das allererste fucking Pack. Kaufen wir es? Wir kaufen es. Okay. Ich mach grad noch ein bisschen. Ich spiel grad ein bisschen. Ja, dass ihr das auf dem Schirm habt. Okay, jetzt gehen wir rein. Es wird auch kein Vorschaupack sein. Doch, es wird das Vorschaupack sein, um einfach dich komplett zu holen. Okay. Ja, deswegen. Deswegen. Es ist das allererste Pack. Und du hast die Ehre. Yes. Ich schau nicht hin. Aber spiel nicht mit meinen Gefühlen. Sack, schmutz oder nicht. Ja. Ja. Lass los. Lass los. Lass los. Lass los. Lass los. Mein Gott. Lass los. Lass los. Oh mein Gott, Mädi. Das alles. Ihhh. Das sieht komisch aus. Das ist kein Spannung irgendwie. Ja. Ey, ich hab grad ein Pack aufgemacht, okay? Mhm. Naja. Ja. Und? Ja. Fühlt schon wieder in der Sauna. Danny, machst du mit bei unserer Wette? Sollen wir Danny noch mit reinnehmen? Ja. Okay. Was für ne Wette? Ich hab nicht so viele Points, die es jetzt passiert. Es ist egal, es ist egal. Hör zu. Die Wette ist derjenige, der hat fünf Monate. Der ist safe und die anderen drei müssen dann ihre erstgezogene Icon abstoßen. Walkout. Walkout. Warte. Ich fahr. La Liga. Äh. Ja. Obwohl. Obwohl, weiß ich Danny warten. Ich kann ja auch schon wetten. Ja, okay. Dann sag an. Ich bin B****. Okay, gut. Ich hab gedacht, nur Blackies, Danny. Aber mach mit. 18 Uhr, 25, äh, 18 Uhr 30 vielleicht? 18 Uhr 30? Oder 25. Da sagst du's nicht gleich? Jeweil. 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 Ich sag 30. 30? Okay. 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 Und was machen wir? Was machen wir? Sagts an. Wollen wir vielleicht ohne 50er PSN-Wetten? Finde ich gut sogar. Ja. 50er PSN zum aufladen? Super, Danny. Ja. Sind du denn dabei? Ein Puffi. Achso, PSN. Oh. Ja. Schicke. Ich hab auch ne Honeys. Ich hab auch ne Honeys. Ich hab Honeys oder 20 in Währung. Ich auch. Entschuldigt, Juck, dass ich nicht so reich bin. Entschuldigt. Aber gut, dann würde ich mir nochmal vielleicht ein 50er leihen und dann bin ich dabei mit der Wette, okay? Weltfort Nachwies. Okay, dann mach mal ein 100er PSN. Okay. Sofort auszahlen, die 100er? Sofort auszahlen. Redet mit den Löwen. Okay, geil. Machen wir Rating oder Wert? Wir machen Rating, oder? Ja, halt. Rating ist 86, oder? Es gibt ja gar keinen Wert. Oh ja, stimmt. Also machen wir Rating, ja. Ja, ja. Okay, dann feuern wir ab auf 3, 2, 1. Abfahrt. Oh, die erste Packwette. Bis 18.30 E-Pro. Warte mal! Warte mal, warte mal, warte mal. I.V. Warte, das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Nein, nein, nein. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ist das? ZDM? Das ist was anderes. Nein, nein. Warte mal, warte mal, warte mal. Nein, nein. Was ist das? Hast du was? Nein. Es ist Leonora. Erstmal nix abstoßen. Oh, Warte mal, warte mal. Nein, nein. Warte mal, warte mal, warte mal. Nein. Was ist das? Oh mein Gott, was macht der hier? Was ist das? Monaco? Wer kommt, der spielt Monaco? Oh, glaubt keiner, oder? Ach, Digger, Golovine. Scheiß los. Golovine. Warte mal, warte mal, warte mal. ZDM? Frankreich? Serie A? Nein. Ich hab auch ein Workout, glaub ich. Irgendein Typ. Ja, Frau? Ne, ey, was war das? Ach, Mann, Fofana, Digger. Aber Frauen könnte high rated sein. Ich hab was für euch. Bright 85, ne? Sobald man im Tunnel ist, hat man das Gefühl, es kann was kommen. Ja. Manchester United. Kann ich was? Nein, Mann. Ja, Paris. Ich werd ein Hustler. Ich werd nix. Oh, Matzen. Ich glaub, der ist was wert. 86 Tempo für Anfang. Du vermisst den Tunnel jetzt schon. Es kommt kein Tunnel mehr gerade. Ich bin, ich komm... Oh, Tunnel! Tunnel! Tunnel. R.M. Deutschland. Bundesliga? R.M. Deutschland. Bundesliga. Wer kann das sein? Wer kann das sein? Bayern? Oh, Tunnel! Sehr schön. 82 Wurde. I.V.U. Spanien. 86 Hora. Nein, nein, nein. I.V.U. Akanji! 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 Was hat Akanji dieses Jahr? Akanji! Akanji City Akanji! Warte mal. Was hat der? Wie war der? 84. Doch, doch, das ist gut. Oh, dann haben wir erstmal Auflaufen. Wartet mal ganz kurz. Ich brauch kein Icon. Ich brauch ein ZDM Spanien. Oh mein Gott, das kann La Liga. Es kann richtig knallen. Es kann richtig knallen. Es kann richtig knallen. Das ist RCD Mallorca, Bruder. Ich hab New York City FC genommen. Ey, ich weiß, wie oft ich grad im Tunnel bin? R.M. Frankreich. Oh mein Gott, Bundesliga. Bundesliga. Oder nein, das ist äh, äh, wie heißt Tulli, 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 nein? Hab ich Oli gesehen? Ach, zwei. Oh, Schaka, 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 bitte, bitte, bitte. 86! Walk out! Yes! Okay, wir sind gleich auf. Was machen wir da gleich? Warte, es ist ein Tunnel, es ist ein Tunnel. St. Jamaika und ich lass komplett los. Jetzt ist Vidi, Vidi Letzter, ne? Ja. Wir müssen da ein Stechen bei uns jetzt. 86! Ehrlich? Ich check das jetzt mit den, mit den Tunneln. Ich check das. Tunnel ist ab 80, Tunnel ist 80 plus. Letztes Pack an alle. Keinen Nacken. Letztes Pack an alle, jetzt. Warte, ja, warte. Ich mach ready. Ja? Ich mach ready, warte. Okay, letztes Pack. Eins, zwei, drei. Gib mir den Tunnel, gib mir den Tunnel, gib mir den Tunnel. Boah, ist das. Keine Tunnel, Schere. Jetzt ist Rose 78. Okay, was machen wir? Was machen wir? Verlängern wir einfach? Verlängern wir? Neu mal. Ehrlich, bist du dabei? Was denn? Wer denn rated spielt? Ja. Rating und dann 100er PSN-Karte. 100 PSN von allen. 100 PSN? Ja, ich sag auch. Lass uns runtergehen, Jungs. Das machen wir doch nicht die ganze Zeit. Ich wollte einen Fuffi machen. Ich wollte einen Fuffi machen. Dann lass uns einen Fuffi machen. Ich hab keinen Fuffi. Dann lass uns 20 machen. Lass doch 5 Nashis machen. Ne, nicht Nashis. Du kannst bei Nashis, kannst du Community zurückgeben. Und PSN aber auch, kannst du noch die andere nicht brechen. Wenn du den 20 auflässt, dann von der Icon ziehst. Weißt du, ich mein? Ne, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Du sagst, du willst nicht mehr als keine Ahnung wie viel ausgeben. Und dann feuerst du so eine Wetten hier raus. Ja, Wetten, das zahle ich ja nicht ein. Das ist ja für euch dann auch. Für meine Homies. Ist ja auch okay. Für eure Communities. Danke. Danke, Bro. Danke, Bro. Danke, Bro. Also machen wir. Ja, okay, ich bin dabei. Also 50 Euro PSN. Was machen wir, bis wann? 45? 45. Mach bis 50. Mach bis 50. BITTE NICHT! BITTE NICHT! BITTE NICHT! BITTE NICHT! BITTE NICHT! Warte! Was? Rodrigo. Oh mein Gott. Was ist das krank? Rodrigo. 91? Ne, ne, 86. Achso, von Real, Rodrigo. Okay, Männer. Let's go. Ab jetzt. Ab jetzt geht's los. Kinderfassi. Da fangen wir jetzt an, ja? Ich sage Rodrigo, W, W-Pick. Ja, crazy. In der Liga? Es ist eine Frage für den Chat und für alle Teilnehmer, die diesen Sport lieben. Wie viel würdest du zahlen, als Besitzer von, warte, 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 warte? Nein. Warte. Okay, wir sind bei den Mädels mit dem Walkout. Ähm, für Rodrigo, wenn du Sportdirektor bist. Ich jetzt? Ja. 55. Max. PUNNEL! Und in diesem Moment ziehe ich Pareo. Okay, ich habe eine Frage. Würdest du lieber einen Olisee haben bei dir in der Mannschaft oder einen Rodrigo? Rodrigo. Rodrigo, vor Olisee? Ja. Ich liebe Linksfüße. Ich sage, du kanntest Olisee nicht vor Bayern. Doch. Aber hör mir mal ganz genau zu. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Würdest du sagen, dass Rodrigo 110 Millionen wert ist? Wie viel würdest du sagen, ist er wert? Rodrigo lege ich 70 Tacken bis 60 Tacken auf. Voll. Voll. Ich will einmal einen guten. Wer ist der erste gute Spieler, den ich zähle? Das wäre ich dann nicht. Was ist denn das hier zu Barcelona? Oh, wieder ein Girl. Stimmt. Ich fange ja früh. Das will ich einmal abfeuern, das einziges Mal. Bruder! Ey! Ey! Ich wollte den Schwerstag. Das ist ein Rhyno. Es ist Reiten 88 von Chelsea, ist ne gute. Reiten ist stark. Reiten ist richtig stark. Meine letzten 5 Packs. Also, wir sind uns alle einig, dass Reiten immer geil ist. Kein Walk-Off, glaub ich. Es ist irgendwas, was mir erwartet. I.V. Korea. Son. Nee, du. Ey, Kim Tae-Kong. Ja, das ist gut. Warte. Das ist gut. Warte, wir schauen schnell. Wer? Kim? Ja, Kim von Bayern. Freunde? Noch nicht, noch nicht. Okay, jetzt. Okay, letztes, letztes jetzt. Kommen die Coin-Unabhängigkeit. Okay, letztes Pack bei mir. Okay, ich mach auf. Drei, zwei, eins. I.V. Deutschland-Kundesliga? Ich glaube, es ist ein Walk-Out. Was ist das? Torwart. 2888. Ist das Süle oder Schlotter-Beck? 2888! Ja! Fuck, Dig. Wer? 88-Endler! Im letzten Pack! Ist das geil! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat geskippt. Ich wusste nicht, dass ein Walk-Out ist. Ich hab Chile, Torwart, Olymp, äh, Lyon. Oh mein Gott. Ist das geil. Okay. Ihr müsst schlechen machen, Jungs. Ihr müsst schlechen machen. Okay. Was machen wir? Willi hat's raus. Rigo und 88erinnen. Willi hat Lack? Krass. Lass, äh, fünf Minuten. Wer zuerst den nächsten Walk-Out zieht. Okay. Okay. Wer zuerst den nächsten Walk-Out zieht. Jamie Vardy, 77? Walk-Out glaub ich! Ich glaub Walk-Out! Bitte nicht. Ich hab drauf geachtet. Ich hab's gesehen. England. Recht auf Lüge. Premier League. Manchester City. Film! 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 Und ich weiß jetzt, wann man Walk-Out... Ich weiß, wie man Walk-Out erkennt. Von Bayern, oder? Ich weiß, wie man Walk-Out bekommt. Nee, GG. Gönn ich dir. Es ist ein Pay-Polet. Gönn ich dir. Wie viel Geld hab ich jetzt gewonnen? 150 Euro? Ja. Digga, dass ich mit dem 88er Reiten verliere, ist so heftig. Ich würd gerne mal einen Walk-Out sehen. Ah, einen Walk-Out, würd ich mal gerne sehen für das Shooting. Von Dijk. Von Dijk. Nee, es ist vielleicht Von Dijk. Ich will nicht aufstehen. Von Dijk? Es ist Matthijs Delikt. Oh. 84. Von Dijk knallt, glaub ich. Was hat der für ein Rating dieses Jahr? Äh, 88, glaub ich. Das hat auch so Schatten und so. Ja, ja, genau. Ich hab einen Draft-Token. Den werden wir benutzen. Kein Rahmen. Ah, siehst du das? Siehst du es? Ja. Ja, warte. Soll ich aber mal sagen, was meine Prime-Zeit war? Es gibt drei Eikens auf dem Markt. Wo Fußballer noch relevant waren für dieses Spiel. Digga, du musst dir vorstellen, wenn ich... Kurz davor, ne? Sidney und ich durften uns drei Eikens aussuchen. Oh mein Gott, das weiß ich. Das ist ja krank. Digga, du musst dir vorstellen, ich hatte Pelé, R9 und Hullet. For free. Also irgendwelche aussuchen? Ja, ja. Du kannst es nehmen, wenn du wolltest. Wie ist das geil? Digga, ich hatte Eusebio, R9 und Hullet und mich im ZM. Und ich hatte 99er-Karte auch noch. Zum Start direkt? Ja, ja. Wie ist das gestartet? Du hast EA geschrieben und die haben dann einfach... Und du weißt, wann es dann geil war? Wenn du dann plötzlich dein FIFA öffnest und auf einmal sagt er, du hast noch Objekte offen. Walk out, Walk out, Walk out, sorry. ZM Portugal. Ihhh, oder? Premier League? Äh, Manchester City? Wer ist das? Der Nado ist Filmer. Oh! Okay, komm, Wette. Bis 19.30 Uhr, schnell abfeuern. Abfeuern ab jetzt 50er. Bis 30, okay. Und Eli, wenn ich verlieren, überweise ich dir direkt 100. Ja, ja, dann überweise ich dir direkt 100. Ey, wir sind in der Wette drin, ne? Ja, ja, ein bisschen Gas geben. Ich hab dich sorggezogen. Oh mein Gott! Was? gesagt. Und ab jetzt geht es nur noch bergauf. Oh mein Gott. Ich würde ihn markieren. Ich markiere ihn auf Instagram und er würde mich wie posten. No good name remain. Danke für dein time. Du hast mit Julian Chabot gespielt, ne? Ich habe mit ihm in der Mannschaft gespielt. Ihr beide? Mannschaft? Ja, war bei Nürnberg damals. Er hat gestern in Real gezockt, ne? Ja. Ich habe den gerade gezogen. Das ist so krank, ne? Gönn doch mal einen Walkout. Alexia Puteas und ich würde sofort abfeuern. Ach bitte, Digga. Ich ziehe nur Dreck. Was ist denn das höchste bis jetzt? Premier League? Ey, ich habe Lacroix gezogen. Der wird doch safe teuer sein. Ja, gar nicht so. Ey, stimmt, stimmt. Wer ist gerade vorne, Jungs? Der hat 8. Was? Also bei mir kracht's. Ey, was ist denn das höchste? Ich gebe euch. Ich gebe euch. Ich gebe euch. Ich gebe euch. Vielleicht ist das die erste Investition. Oh nein. Es ist Lacroix und der kostet 600 coins. Oh mein Gott. Ey, ey. Oh, Popi fällt mir kommen. Es ist Lacroix 88 Pace IV Premier League Frankreich. Das könnte der erste Schritt in die Köln-Unabhängigkeit sein. Das ist scheinlich. Wie viel denn? Der kostet 4k. Ne, nimm lieber ein paar mit. Der Naka habe ich gezogen. Benassa oder so. 83 habe ich mein bester gerade, glaube ich. Ich habe. Was hatte gerade Bailey? Torwart? Spanien? Das ist eine Frau. Eine Frau hat immer Potenzial. Real Madrid Frau. 82. Mieser. Was ist mit jetzt der beste Spieler hier? Bei mir ist 83. Bei mir auch. Ich weiß ja auch nicht. Ist ja komplett verstunken hier. 83 war unnötig. Ja, sag ich auch. Wartet mal. Was ist das denn schon wieder, Bruder? Chat hat dir irgendwie geholzt, den ich holen sollte früh? Aber wie keiner von uns hatte Walkouts. Also wie viel hast du ihn jetzt? 86? 86 dann. Ich habe 84 Greenwoods. Komm schon? Meine Strähne ist vorbei. Mein account ist cursed. Jungs, können wir mal darüber reden, was wir in den letzten paar Minuten hier ziehen? Das ist wirklich eine Respektlosigkeit. Also Arme, ich bin schon wieder, merkst du gerade. Ja. Oh, warte mal eben. Das habe ich. TOTW. Habe ich auch. War kein Walkout. Wer ist das? McDonalds? Oh mein Gott, die sieht da richtig geil aus. Oh, Zaccaria. Zaccaria ist gut, oder? Oh, du hast Info, ne? Zaccaria ist gut. Für dich. Boah. Für dich. Alter, Jungs. Jungs, Info-Animation sieht Bombe aus. Ach du Scheiße. Ich habe Julian Brandt. Julian Brandt, 85. Was ist das höchste? 86 von Elie mit dem Info. Boah, also Jungs, Info-Animation, Bombe. Jetzt habe ich ja meinen Starter getan. Oh, hinten hat es geleuchtet. Torwart. Äh, Schweiz, Serie. Es ist Sommer. Ja? Ich? Ich leuchte? Ich? Nein, ich habe Info. Wir haben Sommer. Ich? Was hat die für ein Rating? 87. Ja, ich dachte jetzt 86. Yes! Oh Gott. Was hat er für ein Rating? 87. Zaccaria, Info, 240k, Jungs. Chef, noch 30 Subs? Zaccaria, Mann, der wurde erst zweimal gezogen, Mann. Ach, Jungs, ich ziehe nichts. Ich bin wieder der größte B***er im Universum, Digger. 29, jetzt ist die Back-to-Back-Wetter-Divant. Schere. Ich sehe keinen Dreieck. Ich sehe keinen Dreieck. Oh mein Gott! What? Ödegard, ist das krank. Es ist fucking... Es ist fucking ödlich. Das ist krass. Es ist keine Munition drin. Es war Denny sein Back-to-Back-Call. Es ist die Etze! Er knallt mich jetzt hinten rum, der Stricher krank. Willi Oedegard? Nee, scheiße wieder, ne? Martin! Wie die ist, Digger, Liebe. Ja, Liebe. Ey, lass mal Liebe in den Chat. Ja, alle 29, Digger. Willi, ich schick dir die Folie bei Whatsapp, ja? Yes, Baby. Oh Gott. Ach, gönn doch einmal ein Walk-Off. Kello, wir sind auf null, ne? Ja. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt. Ich bin jeden Tag live. Niklas Wurtson on Twitch. Lasst ein Like da. Folgt drauf. Geht auf athletics.dna. Ich will euch nicht voll quatschen. Wir sehen uns beim nächsten Video.